mein name ist an die europäer ich bin mit dem mario master schon wieder heute mit etwas ganz besonderem dann was machen wir denn heute wir suchen uns geile mädels aus und kämpfen also bei fuß und das mensch ja ja dann oder nur weiter mit bergen der standard nicht so übertreiben wie mit achtmanns menschen oder irgendwie sowas das können wir auch noch machen ich habe gerade gesagt nicht immer nicht so übertreiben wir hatten so passend so richtig ich weiß was ja hierhin piazza de lafino aus welchem spiel ist anscheinend richtig drückt dann drückt doch wie wieder in vier vier versuche ich nehme meine waifu nummer zwei also ich nehme nicht palutena rosalina bis deine waifu und all den karakter her wahrscheinlich mein gott nur blondinen kampf ja blondinen kampf der blondinen ja 321 go der griff war hat falsche serie ich kann angefordert isaac da haben sie einfach an jetzt ist es eine faust alucard stellt man so du wirst nicht in dieser welt will ich gerade gestorben ja bin ich ja ich habe mich auch gar nicht tatsächlich wir haben immer jemand töten nein ich habe mich an blumen kommt zurück zu mir ist das wie hieß die nummer davon das spiel live ist nicht live strange es ist doch live strange hat so ja nicht live strange project zero ihr project sie ohne gespielt ja auch nicht willst du dann mal spielen natürlich nicht taste the power of meister sie tun es schon für mehrere kommen du hast hier und verband ich habe sie auch so sagen das war immer noch das gleiche punkt sei ja 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 ich respektiere alle waifus wenn ich alle power of the stars ich habe gesagt ich hoffe ich da war knapp wenn sie mich damit richtig getroffen ja ein satz noch geworfen nein 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 ich habe luma nicht weiß der muss das an mir dran machst du jetzt koko war da kommst du dich vorbei ich wurde verband nein mein fuß wo es von den turnieren verband dann habe ich einfach den hier spiel haben wir ihn gerne hier gar kein kauf hier muss so machen wo wollen wir jetzt kämpfen also nervig sind ein typen und tumodachi live neueres tumodachi live machen auch zum gleichnamigen spiel tumodachi live kennst du tumodachi live ich hab das auch ich meine da habe ich dich sogar als mein bewohner drin mein gott linda ist deine waifu nein abwechslung wir machen was macht ja natürlich haben wir jetzt alles unterschiedliche ja ja du nimmst die trainerin natürlich fitness ist wichtig frau mich an vor allen dingen glaubt eben kein wort dass er dass er fit ist da bin ich ja heim sonnengruß jetzt ist stretching angesagt ich mache er hinter corinth kämpft und gerne ist wenn man nur den blöden mein gott kamaru war geweckt der probleme das mein raum ist ein fußballplatz das black hole ein mega laser reinglaufen oder ohne stellen den raum wo also hast du großen fernseher also nein ein haus ein schönes haus hat mein rad ausgebaut aber auch jetzt ist es explodiert es stretching angesagt aber habe ich nicht wirklich getroffen getroffen belinda sie ist doch eine weibung für dich konnte ich konnte die bienen gehen auf mich was ist denn jetzt also die malt irgendwann hin oh mein gott dass sie aus dem nintendo briefkasten als in bonsai gewesen das war genau das ist ein geist knuckles schon wieder mega laser ich habe voll knuckles getroffen nein wenn wir von außen ja ich bin tot da war meine miene ich habe eine mini gelegt jetzt ist vorwärts lang gesagt über de tu dumm du bist du bist du bist pick to chat 2 ist auch so eine gute map oder wg direkt im studio das machen wir drückt auf jeden studium nicht sagen wir noch nicht ich kling erwarte in anderen fahrer ich wusste dass das gefallen würde ja darauf stehst du darauf steht da wirklich meine freunde warum nicht ich bin bereit ich auch was du bist bereit ich bin bereit ich bin bereit ich bin bereits um abgassieren willkommen bei winterburger hat richtig abnehmen und ich habe erst mal mein hinter einem übergezogen bajonetta läuft einfach mal selbst raus bin ich gut hier haben meine bewegungen nach während wir an dieser position arbeiten es kommt berühre mit beiden händen die zehn ja nein warum nämlich was am nächsten dran dann kommt die wenn du dir am nächsten aber meine bewegungen in dieser position arbeiten also diese position 30 bis 40 sekunden die nun zur ausgangsposition ja klar ist bei uns schon draußen verdammt das wäre so gut gewesen auf mich zu treten ich habe gewonnen das zweitmal ich davon getroffen werden wir haben gar kein chaos was ja machen wir dazu haben wir haben insgesamt 100 kämpfe gestritten da wohin jetzt machen wir mal hier einfach so der münzparcour aus new super mario baders 2 2 haben wir noch nicht gespielt wen haben wir nicht gespielt nein sie sind lucina oh nein ja als robin wenn wir das auffült bin bereit ich bin robben schön time to tip the scale ob die da sie nicht und dann da gibt es jetzt genau immer doch nicht ich habe mir die form und konzern konnte deswegen deswegen ja gleich mit gold bei 100 müssen bekommen ich meine tatschleer glaub ich will gauern tor er hat mich erwischt noch weiter oder so abfeuer 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 das als elf war ja immer keine ahnung von dieser serie komm nein Bei der macht meines buches buch weil warum nicht ja okay Weg Erwind Feier Ich bin schon wegweilen Oh haha Dein eigener vater hat die verprügelt was dieses dagegen tun Es sind grausame rache rät Ich habe den ja ja dann gibt es auch noch jetzt reden warum hat er sich direkt umgedreht aber sehr gut war es ausgezeichnet ich weiß immer noch gut wo ich hier wie dein vater dich verprügelt hat sieben sieben hast du ja nur ein ich will als nächstes irgendwie spielen wir gehen ins wohnzimmer das ist schillig ja natürlich wenn ich ganz leute war obwohl er wird ein bisschen lange dauern dann gedacht leuten ja immer schulmädchen im schulmächeln wie form schon mal die anderen beinen ich habe schon lieber das weiblich an dem trailer gesagt das ist der westling pikachu ist aber weiter an anderen dingen sehr schweig da will ich einen anderen schwanz mein jahr sieht man jetzt nicht bekannt ich glaube du musst das rote nehmen aber ich glaube das hier wie sie kommen aber ich habe mich auch genau genau aber dann haben wir noch zwei kämpfe machen da sind die vorbeigelaufen hallo und die unioni und ich hause auch und warum sind da keine katzen ja ja es gibt internos das cats überhaupt ich bin der weibliche in klingen im schulmädchen uniformen auch schuhe das frauenschuh du sagst du mir noch haben wir noch ja dann gibt es noch verbannt werden kommen wir ja das ist sehr effektiv ich habe die chance ich habe die chance genutzt und habe ich getötet wie ganzes wagen ja ich glaube ich glaube ein bumper ok gut trainern auch noch ein leben die verband ich meine dummheit gerettet ich habe gewonnen durch deine dummheit spiel als inkligen und begrabe dreimal ein level 9 computer mit dem speziell und hast du den anderen gesehen ja da ist ein inkligen und da ist shadow mario wer ist cooler von den beiden shadow mario nein doch shadow mario ist cool hast keine ahnung ich liebe in einer will wo sich alles mir unterwerfen muss strand episode unaufrechtlich für strand genau alle ziehen sie sich aus ja da müssen wir das hinnehmen ja das ja genau deswegen strand episode wurde das ist auch ein perfekter abschluss vergessen wir haben nicht so gut jetzt würde sich entscheiden welche waifu die beste ist natürlich kann ich bin ich riesig im gegensatz zu dir das ist doch groß ich bin ja mann okay warte 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 greifen kann ich an manchmal auch hier und wir waren so wie größer als sie bist du auch nicht irgendjemand hat hat nun alle gerufen dass wir hier um ein pole dance machen da geht noch nicht holen die bewohnerin hat den ultrasmash den hausbaum oder da das ist ein fisch aber die rausgekriegt neue kombi ich bloße flame nein oder die bewohnerin baut ja ein haus was ja nein ich glaube ich werde das machen oh scheiße ich werde drehen gleich was das black hole und mega laser ein städter und der meinen namen trägt ja rechtartiger meine schnapper da kennt sich noch vom letzten mal ja das ist keine doppelkirsche warum nicht er ist sich noch nein ich habe überlebt ich habe eine luma getötet also sagen würde sagen wir team uns jetzt erstmal gegen sie das wollte ich nicht aber mit ihm erstmal damit volltreffer ja 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 wir haben jetzt offiziell herausgefunden wer die beste waifu ist palutena na gut okay das war es für dieses mal und wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann ciao bye bye das war es für seinen den im der wir w